Ich weiß, dass es die Götter des Olymp wirklich gibt. Und manchmal haben sie Kinder mit Menschen, die man Halbblut nennt. Im Großen und Ganzen sind wir wie alle anderen. Bis auf den einen oder anderen Unterschied. Wir leben an dem einzigen Ort, der uns Schutz bietet. Bis jetzt. Wer würde sowas tun? Kronos, der Ur-Titan. Vater der Olympier, Zerstörer des Olymp. Luke! Bis dann scheint nicht das einzige Halbblut, das schwer zu tilten ist. Ich werde Kronos wiedererwecken und die Olympier werden sterben. Jeder Halbgott wird in ein paar Tagen tot sein, wenn nicht früher. Diese Aufgabe ist für den Besten von uns, den Stärksten, den Tapfersten. Wir müssen sie aufhalten. Ich brauche deine Hilfe. Ich packe nur schnell zusammen und bezahle meine Unfallversicherung. Das einzige, das unser Zuhause retten kann, ist das goldene Vlies. Es befindet sich im Meer der Monster. Oh nein. Die Menschen nennen es Bermuda-Dreihe. Wir müssen das Vlies finden. Ich möchte helfen. Hier. Nebel? Es lässt das mystische Normal aussehen. Es wird eine Reise in unbekannte und tödliche Gefilden, bei der es um nicht weniger geht als unser Überleben. Dreh die Kappe ab und du befreist die Winde der Vier-Himmels-Richtung. Was ist? Da müssen wir hin. Sagt mir, dass das keine Haie sind. Das sind keine Haie. Schlimmer kann man ja wohl kaum sterben. Wir müssen hier raus. Percy, wenn Kronos zurückkehrt, war's das. Wir finden das Vlies. Das nehme ich jetzt. Das glaube ich kaum. Pass auf! Percy!